Ich wünsche mir, dass ihr Europäer den indigenen Völkern mehr Beachtung schenkt. Wir Karipuna beschützen das Amazonasgebiet, den Wald, die Flüsse, die Tiere. Nur so können wir dem Klimawandel entgegenwirken. Das ist für Brasilien genauso wichtig wie für den Rest der Welt. Wir Menschen brauchen den Wald für unsere Gesundheit, für jeden Atemzug. Bitte hört zuerst auf die indigenen Völker und erst dann auf die brasilianische Regierung. An vielen Exportprodukten klebt indigenes Blut. Insbesondere für Fleisch und Obst müssen indigene sterben. Das wird mit dem neuen Handelsabkommen mit der EU noch schlimmer werden. Wir möchten in Frieden leben. Wir möchten schlafen können, ohne Angst vor Attacken und Massakern. Als Europäer kannst du etwas verändern. Der Amazonas-Regenwald wird bald komplett zerstört und unsere Nahrungsquellen vergiftet sein. Wenn es so weitergeht, wird unser Volk sterben. Lass uns etwas verändern. Atleniat für die Menschen in Lateinamerika.